Dem FSV Zwickau ist gegen die VSG Altklinike die Revanche für die schmerzliche 0-5-Niederlage im Hinspiel geglückt. Ersatzgeschwächt, nach Berlin gereist, lag der FSV zweimal hinten, dreht aber am Ende das Spiel und gewann mit 3 zu 2. Eine starke Aktion von Altklinike in der 36. Minute leitete die Führung der Heimmannschaft in der ersten Halbzeit ein. Nach der Pause zeigte der FSV ein anderes Gesicht. Zwickau spielte druckvoller und belohnte sich früh. Albert, Hermann und Klein konnten für Zwickau treffen. Nach diesem starken Spiel folgt am kommenden Freitag das Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz, doch nun erst einmal die Stimmen zum gestrigen Spiel. Zeit für unsere VSG, Zeit für drei Punkte. Hier kommt die Mannschaftsabstellung, die Startung der VSG-Kabinike. Also, erste Halbzeit wollten wir natürlich erstmal sicher stehen. Jeder hat ein 1-Gänge-1 gehabt in der Verteidigung. Das hat auch sehr gut geklappt, bis auf das 1-Gegentor. Wo wir dann im Endeffekt einmal nicht ganz wach sind und das dann kriegen. Ansonsten hat die Verteidigung wirklich gepasst. Hätten dennoch ein bisschen ein, zwei Nadelstiche nach vorne setzen können, umschalten dann, wenn wir die Ballgewinne hatten, die wir ja auch hatten. Das heißt, da hätte vielleicht auch schon etwas mehr bei rumkommen können. Aber gerade in der zweiten Hälfte hat der Treda dann nochmal eine kleine Anpassung gemacht. Mit ein paar mehr Aktionen, wo wir auch dann mal zustechen sollen, auch mal aggressiv rangehen sollen. Ja, und dann direkt zu Beginn haben wir ja dann gleich zwei, drei Aktionen in der zweiten Hälfte, wo das eben der Fall ist. Wo dann auch die Nallestiche gut gesetzt sind und wo wir dann, ja, uns die Konter holen und uns auch für die Konter dann belohnen. Im Endeffekt nur bei den Kontern belohnen. Ja, es gehört natürlich die ganze Offensivreihe dazu, die dann erstmal den ersten Impuls setzt. Alle anderen schieben nach und dass ich dann im Endeffekt der bin, der dann das Tor machen darf. Ist schön, kann jeder andere sein, darf jeder andere sein und natürlich freue ich mich auch über das Tor. Dass ihr A Dinge umsetzt und B kämpft wie die Löwen und an euch glaubt. Anders kann man das definieren. Das habt ihr euch sowas von verdient, dieses kühle, schmackhafte Lens. Okay, yo. Ich fühl mich, Desko. Ich bin so heiß, Desko, Desko. So sexy, nein, ich fühl mich, Desko. Ich bin so heiß, Desko, Desko. Ja, ich fühl mich, Desko, da hat der Willer jetzt im Kreis dann schon noch seine Hüftbewegigkeit gezeigt und das dann mal von innen nach außen getragen und das steckt so in der Mannschaft drin. Und das ist einfach toll, mit den Jungs zu arbeiten, wo wir als Trainer Ideen entwickeln. Wie kannst du das Spiel angehen, wie kannst du die Trainingsformen angehen. Und dann wird das, da wird eine rumgemohrt oder natürlich tun wir es immer Austausch. Aber da gibt es keine Fußballprofessoren, die aufgrund ihrer Geschichte schon das und das und das erlebt haben. Sondern die saugen das auf, haben immer Kreativität, freien Raum, auch wie heute. Und wenn wir jetzt in das Spiel reinschauen, erste Halbzeit von der Herangehensweise hervorragend. Außer das Ergebnis 0-1 und außer, dass wir die Balleroberungen mäßig ausgespielt haben. Wir hatten drei, vier, fünf hervorragende Eroberungen. Dort müssen wir uns länger dann festsetzen in der gegnerischen Hälfte, festsetzen am Strafraum, eine Ecke rausholen, einen Freistoß rausholen. Das ist uns so nicht gelungen. Dann ist das Spiel ja immer wieder auf uns zugekommen, aber das war so gewollt. Ja, weil Altlinike ist ein spielstarker Gegner und die sind ja von den Toren her auf Platz 1 und das ist dann schon schwer zu verteidigen. Und dann mit so einer Elf, mit Martensow, einem rechten Verteidiger, auf Janik Vogt, linker Verteidiger, mit der Kette, mit dem Fricker, der jetzt lange nicht gespielt hat aufgrund der Verletzung. Vorneher waren wir gut besetzt, wir haben eine Top-Elf gehabt, Benni im Tor, haben uns dort reingearbeitet. In der Halbzeit nachgesteuert und den Wechsel vollzogen und uns war ja klar, wenn wir jetzt so erstmal nicht passiv, halb aktiv die Räume verdichten, spielt sich IT, die Bälle immer wieder hin und her, dann kriegst du keinen Zugriff. Also haben wir Auslöser gesucht, wie kann man das auslösen, um Druck auf den Ball zu kriegen. Und das haben wir nachgesteuert und das haben die Jungs wieder wirklich brillant umgesetzt und dann kommt die Leidenschaftlichkeit dazu, das Herz in die Hand zu nehmen. Zu spüren, hier ist was drin, mit dem 1-1, Rückstand, 1-2, trotzdem drinnen zu bleiben, diszipliniert zu bleiben. Vorneher ein Fricker, der immer wieder auf seine Jungs zurückgeholt hat, weil wenn du das offene Spiel angehst, dann wird es schwer gegen Sigertzi, Pouret, Rotschgen, Türpitz und wie sie alle heißen, Alpha. Aber das ist eine gute Fußballmannschaft, aber deckungstechnisch haben sie ihre Sorgen, deswegen sind sie nicht ganz vorne dran. Und das haben wir dann in einem Strich wirklich eiskalt, brillant ausgespielt, aber ausgespielt im Sinne von alles dort rein investiert in die wichtigen, entscheidenden Momente. Und darum muss ich sagen, Hut ab, geiles Spiel, toller Auswärtssieg, 37 Punkte mit wieder ganz, ganz vielen FSV-Fans. Und jetzt bedanke ich mich nochmal im Namen der Mannschaft für die Unterstützung. Ja!